Der Flussregenpfeifer ist eine Vogelart aus der Familie der Regenpfeifer. In Mitteleuropa ist der Flussregenpfeifer ein verbreiteter, aber wenig häufiger Brut- und Sommervogel. Während der Zugzeiten ist er verhältnismäßig häufig als Durchzykler und Rastvogel zu beobachten. Beschreibung Ein ausgewachsener Flussregenpfeifer wird 15 bis 18 Zentimeter groß und wiegt 25 bis 55 Gramm. Die Flügelspannweite erreicht 34 bis 45 Zentimeter. Vom sehr ähnlichen Sandregenpfeifer unterscheidet sich der Flussregenpfeifer durch seine kleinere und schlankere Erscheinung. Er hat außerdem einen dunkleren Schnabel und auffällig gelbe Augenringe, die dem Sandregenpfeifer fehlen. Sein Rücken ist braun und seine Unterseite ist weiß gefärbt, der kurze Schnabel ist dunkel und seine Beine sind braungelb gefärbt. Der Flussregenpfeifer hat schwarzen Augen mit einem gelben Augenring, der vordere Teil des Kopfes ist schwarz-weiß gezeichnet. Ebenso besitzt der Flussregenpfeifer ein schwarzes Halsband, Männchen und Weibchen haben die gleiche Färbung. Sein Ruf klingt in etwa wie PU oder PRI. Lebensraum Der Flussregenpfeifer lebt auf Schlamm-, Sandkiesflächen und an Baggerseen in fast ganz Europa. Baggerseen sowie Kiesgruben sind meistens aber nur Ausweichmöglichkeiten, seitdem es nur noch sehr wenige natürliche Flussläufe mit Kiesbänken gibt. In der Winterzeit November bis Februar ist der Langstreckenzieher, der hauptsächlich in der Nacht zu seinem Winterquartier fliegt. Gast im Mittelmeerraum und in Afrika Zu den Überwinterungsquartieren zählt der Süden der Sahara bis zur Küste Westafrikas, Zaya, Tansania und Kenia. Nur wenige Zugvögel überqueren allerdings den Äquator. Zu den Überwinterungsquartieren gehören auch Ägypten sowie vereinzelter Mittelmeerraum. Ernährung Der Flussregenpfeifer ernährt sich von Würmern, Spinnen, Insekten, Larven und Weichtieren oder auch von anderen dicht unter der Bodenoberfläche lebenden Tieren. Er sucht seine Nahrung gewöhnlich im seichten, schlammigen Uferbereich von Süßgewässern. Anders als der Sandregenpfeifer ist er an der Küste nur sehr selten zu sehen. Die Nahrung wird von der Wasseroberfläche oder vom Boden aufgepickt. Fortpflanzung Die Brutzeit erstreckt sich von April bis Juli. Das Nest ist eine Mulde im Boden und wird mit Pflanzenteilen und anderen Materialien ausgelegt. Es findet sich am offenen Boden oder in niedriger Vegetation und steht selten weit vom Wasser entfernt. Oft werden kleine Inseln in einem See oder Fluss als Niststandort genutzt. Während der Balz legt das Männchen mehrere flache Mulden an, von denen dann das Weibchen eines als Nest wählt. Das Weibchen legt vier Eier, die durch ihr Farbmuster gut getarnt sind. Die Schalenfarbe ist steingrau bis cremefarben mit kleinbraunen Tupfen und Stricheln. Die Brutdauer beträgt 24 bis 25 Tage. An der Brut sind beide Elternvögel beteiligt. Bei drohender Gefahr locken die Eltern durch ein Verhalten namensverleiten den Angreifer in eine andere Richtung und versuchen so, ihre Jungen zu schützen. Mitteleuropäische Brutpaare ziehen häufig zwei Bruten groß. Bestand der europäische Bestand an Flussregenpfeifern nahm gegen Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts deutlich ab. Verantwortlich dafür war vermutlich vor allem eine Klimaveränderung. Die zahlreichen, sehr regenreichen Sommer dieser Jahre reduzierten wegen erhöhter Wasserstände die möglichen Niststandorte. Seit den 1930er Jahren hat sowohl der europäische Bestand als auch die Verbreitung zugenommen, wofür vermutlich eine Reihe trockener Sommer verantwortlich war. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts erhöhte vor allem der Kiesabbau die Zahl der möglichen Niststandorte. Der europäische Gesamtbestand wird zu Beginn des 21. Jahrhunderts auf etwa 110,00 bis 240.000 Brutpaare geschätzt. Europäische Länder mit einem Bestand von mehr als 5000 Brutpaaren sind Russland, Weißrussland, Ukraine, Frankreich und Deutschland. Flussregenpfeifer brühten in allen mitteleuropäischen Ländern. Wobei sie in den Mittelgebirgslagen und den Alpen nur ausnahmsweise vorkommen und Höhenlagen von mehr als 800 bis 900 Metern über innen nicht überschreiten. Der mitteleuropäische Gesamtbestand wird auf etwa 13.000 bis 19.500 Brutvögel geschätzt. In Deutschland brüteten zu Beginn des 21. Jahrhunderts 4.300 bis 6.800 Brutpaare. Deutschland weist damit unter allen mitteleuropäischen Ländern den höchsten Brutpaarbestand auf. Sonstiges der Flussregenpfeifer war Vogel des Jahres 1993. Belege Literatur Hans-Günter Bauer Einhard Betzel und Wolfgang Fiedler Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz Band 1 Non-Passe Reformist Nichts Perlingsvögel Aula Verlag Wiebelsheim Wiesbaden 2005 ISBN 3-89104-647-2 Peter Kolston Philipp Burton Limikohlen Alle europäischen Wartvogelarten Bestimmungsmerkmale Flugbilder Biologie Verbreitung BLV Verlagsgesellschaft München 1989 ISBN 3-405-13647-4 Simon Delany Der Ex-Gott Tim Dotman David Stroud An Atlas of Water Populations in Africa and Western Erasia Wetlands International Wageningen 2009 ISBN 978-90-5882-0471 Einzelnachweise Kulstoniel S 41. Delany Iol S 205. Bauer Real S 441 Weblings Flussregenpfeifer beim Bundesamt für Naturschutz Interessante Fotos zum Flussregenpfeifer in hoher Qualität Der Flussregenpfeifer Bilddokumentation vom Neusiedler See Beobachtungsmöglichkeit des Flussregenpfeifers im Freigelände Karatrios Dubius in der Roten Liste Gefährdeter Arten der IUCN 2008 Eingestellt von BirdLife International 2008 Abgerufen am 23. Dezember 2008 Videos, Fotos und Tonaufnahmen zu Karatrios Dubius in der Internet Bird Collection Alters- und Geschlechtsmerkmale von J. Blasco zu Meta und G. M. Heinze Und dann